Herzlich willkommen zur Lektion ÖVE ÖNORM EN 50110-1 Umsetzung in der Praxis. Mein Name ist Gerhard Lawitzker, ich bin bei den Wiener Netzen beschäftigt und bin unter anderem Anlagenbetreiber gemäß dieser Norm. Weiters beschäftige ich mich intensiv mit elektrotechnischer Arbeitssicherheit und bin ebenso in mehreren Ausschüssen im Verband Österreichs Energie tätig. Erwähnen möchte ich dabei den TSM, den Technischen Sicherheitsmanagement-Ausschuss und den Ausschuss Netztechnik und Versorgungssicherheit. In der kommenden Lektion werden wir jetzt die Umsetzungsschritte für einen Anlagenbetreiber kennenlernen. Zu Beginn möchte ich eben hier noch einmal die Rollenbilder und die Verantwortungen hier definieren. Auf der linken Seite sehen wir eben hier von der Geschäftsführung nominierten Anlagenbetreiber mit dem Verantwortungsbereich Gesamtverantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlagen, Unternehmerpflichten, er stellt Regeln und Randbedingungen und diese Regeln und Randbedingungen schauen wir uns dann jetzt genauer an. Dann in weiterer Folge der Anlagenverantwortlicher, der letztendlich für die Ausführung von Tätigkeiten während der Arbeit verantwortlich ist, Sicherheitsevaluierung, Festlegen der Arbeitsmethode, er erteilt die Durchführungserlaubnis und ist für die sicherheitstechnische Arbeitsvorbereitung verantwortlich. Und letztendlich der Arbeitsverantwortlicher, hier zwei Punkte angeführt, Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen und vor allem die Unterweisung des Personals. Auf der rechten Spalte möchte ich jetzt besonders auf den Anlagenbetreiber eingehen und hier die drei wesentlichen Dokumente erläutern. Wir haben also auf der rechten Seite jetzt hier das sogenannte Bestellungsdokument niedergeschrieben. Was sollte sein Bestellungsdokument beinhalten? Es gibt dazu fünf maßgebliche Punkte. Der erste Punkt sind einmal die gesetzlichen Grundlagen. Basis natürlich die ÖVE-Ö-Norm E51 110-1. Dann sollte dieses Dokument die wesentlichen Aufgaben beschreiben. Und hier ist es sehr wichtig, den Geltungsbereich zu definieren. Der Geltungsbereich, wie ist er abgegrenzt? Wie ist er definiert und wofür ist man zuständig? Weil man hat die unmittelbare Verantwortung für den sicheren Betrieb der jeweiligen elektrischen Anlagen und auch für die Organisation der elektrotechnischen Tätigkeiten. Wichtig ist dann als maßgeblicher Punkt die Kontrolle der Einhaltung jeweils der Normen und Vorschriften, der Dienstanweisungen und vor allem der Arbeitsvorschriften. Und die Mitwirkung bei der Auswahl der Arbeitsverantwortlichen im Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers. Darüber hinaus sollte man kurz die erforderlichen Qualifikationen, Kenntnisse und Fähigkeiten für einen Anlagenbetreiber hier niederschreiben. Und sehr wichtig sind die Befugnisse. Wenn ich hier die wesentlichen herausarbeiten darf, weisungsfrei unter Geschäftsführung direkt unterstellt, Weisungsbefugnis gegenüber Mitarbeiterinnen und Beauftragten Dritten, Verfügungserlaubnis für Tätigkeiten, bei denen eine elektrotechnische Gefährdung besteht und das Recht, einzelne bestimmte Aufgaben und Verantwortungen im Rahmen von Dienstanweisungen auf andere Personen zu übertragen. Und der wesentlichste Punkt ist hier der letzte, es ist hier die Ressourcenfrage angeführt. Die Geschäftsführung verpflichtet sich die, für die Umsetzung der Aufgaben und Pflichten des Anlagenbetreibers erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ich habe hier nur so einen Entwurf eines Bestellungsdekrets hier an die Wand projiziert. Wir sehen also hier die fünf Punkte, ganz nur schematisch. Wichtig ist, dass die von der Geschäftsführung unterzeichnet wird, vom Anlagenbetreiber. Die Beilage sollte der Geltungsbereich sein und vor allem der Beginn der Wirksamkeit. Somit hat man einen ersten wesentlichen Schritt getan in der Funktion des Anlagenbetreibers. Sobald dieses Bestellungsdokument vorliegt, sollte man eine technische Vorschrift erlassen. Diese technische Vorschrift sollte maßgebliche Bestimmungen, wie sie jetzt folgen, beinhalten. Einerseits die Regelung sämtliche Verantwortungen, die mit Zustimmung, mit Funktionsübernahme gegeben sind. Wir haben also hier für den Anlagenbetreiber, Anlagenverantwortlichen und Arbeitsverantwortlichen hier die wesentlichen Punkte angeführt. Ich möchte hier nur bei den Anlagenverantwortlichen besonders hervorheben, die Beurteilung der Gefährdung bezüglich der möglichen Auswirkungen der Arbeiten und entsprechender Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung sowie der Werkzeuge. Sehr wichtig ist hier zu definieren der ganze Berechtigungszyklus, Erteilung, Nachweisung, Kenntnisse. Angeführt ist hier zum Beispiel die Schlüsselberechtigung. Weiter sollte die Vorschrift Regelungen hinsichtlich Betreten von elektrischen Anlagen hinsichtlich Bekleidung, Schutz und Hilfsmittel beinhalten. Und sehr wichtig ist dann, wenn Arbeiten in elektrischen Anlagen durchgeführt werden, das Arbeiten im spannungsfreien Zustand mit Anwendung der fünf Sicherheitsregeln, Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile, Arbeiten unter Spannung und hier sehr wichtig, Arbeitsanweisungen zu arbeiten unter Spannung zu verlautbaren und der ganze Bereich Notabschaltungen inklusive der Begriffsbestimmung hat sich ebenfalls sehr gut bewährt, in dieser Vorschrift niederzuschreiben. Somit wird man einen weiteren wesentlichen Schritt bei Inbetriebnahme dieser Funktion gegangen und als hier wieder so ein Beispiel einer Vorschrift, wie sie ausschauen könnte, hier das Deckblatt abgebildet, wobei sehr wichtig ist, dass man dann hier das Erstellungsdatum jeweilige Änderungen einfügt, dass jeweils der aktuelle Zustand und die aktuelle Ausgabe vorliegt. In weiterer Folge hat sich ebenfalls sehr gut erwiesen, Vorschriften für wiederkehrende Überprüfungen zu erlassen. Was versteht man darunter? Man sollte hier klastern hinsichtlich elektrischer Betriebsmittel, elektrischer Anlagen und elektrischer Ausrüstung von Maschinen und hier ist es sehr wichtig, Prüfkonzepte für die wiederkehrende Überprüfung zu verlautbaren. Inhalte dieser Konzepte sollten sein, einmal die Beurteilungsgrundlagen, rechtliche und technische Vorgaben, maßgebliche Bescheidauflagen, erforderliche Prüfintervalle, empfohlene Prüfumfang, inkludiert mit Herstellerangaben und maßgeblichen Normen und Vorschriften. Das heißt, mit diesen drei Dokumenten, Bestellungsdokument, Vorschrift und Vorschriften für wiederkehrende Überprüfungen steht einem erfolgreichen Start eines Anlagenbetreibers nichts mehr im Wege. Ich hoffe, mit diesen kleinen Umsetzungen in der Praxis hier Ihnen gedient zu haben und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.